Hallo Freunde, ähm, ja, das Video ist eigentlich für gar nicht gedacht gewesen, aber da das Video von gestern ziemlich gelegt hat, habe ich jetzt ein neues Video aufgenommen und ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr legt. Viel Spaß mit dem Video. Moin Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video spielen wir Super Mario Maker 2. Und zwar nicht irgendwelche Level, sondern meine eigenen Level. Und zwar die, die ich mal gemacht habe und jetzt kein Plan mehr habe, was sie sind. Und da gibt es eine Menge, nämlich jedes. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Trickjumps plus Float and Platforms Level. Und ich habe immer noch keinen Sound. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, wir müssen alle 140 Münzen einsammeln. Well, ich hatte Gamesound, aber ich war zu blöd, meinen Kopf wieder richtig anzuschließen und bekam keinen Sound. Okay, ich habe wirklich keinen Plan mehr vom Level. Und ist wieder tot? Das wird lange dauern. Ich merke es jetzt schon, es wird lange dauern. Mann, spring doch. Melan. Ich muss immer schon wissen, vor dem Landen schon drücken, denn es gab einen ganz kleinen Verzug von ein paar Millisekunden. Und in diesen paar Millisekunden entscheiden wir eigentlich den ganzen Versuch. Da, so ja, wenn ich so zu fühle, dann bin ich tot. Und wenn ich zu spät drücke, bin ich auch zu tot. So wie hier. Er ist nicht gesprungen. Äh, sie ist nicht gesprungen. Das heißt, das Ding, entweder du hast zu viel oder zu wenig. Okay, oh, ja, das ist einfach. Deswegen kann ich es auch spielen. Und ich gebe euch gleich die Level-Eight, die keine Sorge, guys. Okay, wenn du den noch kriegen, ich muss nur den Spur hinkriegen. So easy. Und du an das 1-Up. Let's go. Okay, wo ist die Level-ID? Ah ja, stimmt, muss ich dich dann gleich anschauen. Die kriegst du dann am Ende. Das ist ein Geisel-Level, das soll ich jetzt zum Zoom hinkriegen. Dann, was können wir noch spielen? Geräusch geht nicht. Wo ist der Cursor hin? Ist gerade Mario Maker gefreezed? Seht ihr noch was? Heute bin ich blind. Okay, wir sind back. Wir sind back again, guys. Guys, 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 wir sind back. Ja, 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 wir sind zurück. Ich hab's gefixt. Alles ist gut. So, also, ähm, das gibt's dann wohl mal. Das ist einfach freeze. Okay, Level 1-1 klingt doch gut. Ich hatte einfach nur wieder sehr große technische Schwierigkeiten. Aber die wurden jetzt gefixt. Und wir können jetzt weitermachen. Wo sind wir das? Oh, okay. Ich hab's da mal runter. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich habe das bald gekämpft. Okay. Okay. Ich bin noch nicht sicher. sie 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 letztes kann die Aufnahme dann die Angelegenheit die werden okay dann sage ich jetzt ganz kurz mein Leben dann gebe ich auch kurz jedes Leben das ich habe zumindest das was ich heute hochgeladen habe also gespielt habe zum einen haben wir j 2 5 minus j q n minus 2 wg das ist das eigene dann haben wir ja wo ist es wo ist das levy was gut zu finden wartet kurz ein wenig schwierig ja okay das haben wir nicht gespielt da trickshops wären 6 7 q s f g 70 k dann als nächstes haben wir ja g 2 j 9 j minus 5 jf und es ist übrigens 0,0 prozent level 0,00 prozent und das ist das andere Level und wo ist das andere Level ah doch hatten wir auch schon das und ich würde sagen wir gehen jetzt noch kurz auf ein Level suchen und gehen auf ein beliebtes Level und zwar lava secret parkour cross the danger hidden under lava and discover all of its secrets alle die geheimen Sachen okay dann machen wir das mal schnitt 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 nein go ach komm nein das ist das das ist das so so na 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 Ich hab' das Gefühl, dass ich einen Arschluss in die Pfanne mit mir verletzt bin. Ich werde das. Das tut er nicht. Ihn ein, aber ich töte mich selber. Ich bin aufzurutschen. Danke. Das ist einfach der Voicecrack-LP. Das ist einfach der Voicecrack-LP. Nein, was machst du? Wir werden schütteln. Und wir gehen wieder gut. Wir bräuchten die Empfehlung. Oh nein, wir werden beruhigt. Geh hoch! Nein, was machst du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn zu gut? Was ist denn zu gut? Wir sind zu gut. Wir sind zu gut. Wir sind zu gut! Aaaaah! Oh, das war so gut. Es war so knapp. Aber wir wissen jetzt, was er tut. Ich hab's auch noch nicht gesehen, es ist auch ein Schuss. Let's go, let's go, let's go. Kann ich nicht mehr mit dem? Oh, okay. Oh, komm, 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 komm. Ich weiß nicht, es geht auch nicht mehr. Jetzt muss ich noch mal drücken, muss ich schon mal spielen gehen. Oh, dann weiß ich, wir sind durch. Oh, ach. We done. We done. Toll. Tolles Level. Ja. Mir ist jetzt ein Wanderpilz. Nein. Doch, ein Wanderpilz. Ach, was ist das denn? Du. Oh. Ich glaube, wir können es jetzt hören, oder? Gibt doch einen Sound aus, Capture Carl. Ihr könnt es nicht hören. Könnt ihr es hören? Ah, jetzt geht's. Es ist ein bisschen verschwettet. Es ist ein bisschen verschwettet. Ich liebe es. Aber eigentlich gar nicht so krass, ne? Guck mal, Green Greens ist einfach auch geil. Nick habe ich gespielt, aber ich lieb's. Dieser Song ist übrigens... Warte, ich sage später. Oh, der war cool. Okay, jetzt kann ich es sagen. Dieser Song ist eigentlich von einem Popsong ein bisschen popiert worden. Ich liebe Mario Kart 2. Einfach für seine unglaubliche Community. Die jetzt noch aktiv ist, aber das Game nicht mehr so oft gespiegelt. Musik-Speedrun. Das klingt interessant. Bitte Checkbrain, bitte Checkbrain. Danke. Immer noch ein Schlossel! Die, 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 die! Let's go! Ein tolles Lel, definitiv! Oh warte, ich hab noch die Nachricht... Ehhhh... Wie spät ist es jetzt? Wir warten kurz, ich muss den Typen ganz kurz schreiben, dann geht's weiter. So, also, und dann was gibt's noch? Minigame Remix? Nee. Die wird sich safe noch so ein Ding. Cool mit Raze. Möhn ... Ok. Das war's für heute. es ist nicht synchron mit dem Video, äh, gell. Nicht ganz synchron gewesen. Bitte. Wie? Ach, jetzt hat sich Disconnected, habt ihr gehört? Ich glaube, ihr habt das gehört. Ja, ihr habt das gehört, es hat sich Disconnected. So, jetzt hat's. Oh! The Final Countdown! Oha! Der, das, das Lied ist verdammt heftig. Oh, das war geil! um was sich wie man solche machen macht aber ich liebe die sie können sind feinte die fünf das ist Musik. Nein, warte, warte, warte. Oh, oh, das wird geil, das wird geil. Ich hab kurz noch in die Beschreibung geguckt und das sieht geil aus. Musik. Nein, es ist wieder stuck. Hier hat sich dann wieder mal meine Capture Card nicht mehr verbunden. Es ist wunderschön mit dem USB-Port. Musik. So. Musik. Yes. Musik. Musik. Ich weiß, dass es so nicht muss, wenn es sich geht. Musik. 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 Das ist ein bisschen schneller. ja, aber... Töt getroffen! Ach, die Katastik ist mitgenommen. Ach, nein, ja, die Lüte. Dein Ernst? Dein Ernst? Dein Ernst? Dein Ernst? Dein Ernst? Ah! Dein Ernst? Dein Ernst? Dein Ernst? Was? Okay, ich kann mich lesen. Geht's offen. So, hab ich hier mal. Hier macht man eine Bende. Oh. Ich kann noch eine Bende. Hier muss man sich hin. Nee, hier macht man ihn. Nein, wir gehen so nicht in die Bombe. Nee, ich kann auch nicht in die Bombe wieder. Geht nur die Bombe. Oh, dieses ist eine Bende. Hey, ich verstehe das. Ahhh, man kann die Bende? Oh nein das ist Tennis, jetzt kommt Tennis, oh ich bin scheiße in Tennis Oh nein, ich bin ein Knie Los, gewinne, gewinne, keine Mieten, let's go, das habe ich niemals, hallo, hab ich nicht gedacht, okay, noch einmal, guys, das ist ein Satz von 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 20, 22, 23. Denk, den Kabel ist im Terrain, ihr seht nicht. Denk loop. So ständig mit allen Schrauber haben, das ist gelieblich ist die Schrauber. So, dasSE ich nicht. Bin nach. Und damit meine Damen und Herren, ach f*** dich, beende ich mich von dem heutigen Video mit dem Typen, der mir anruft, vielen Dank fürs dabei sein, bis zum nächsten Mal, ah ja, Kametendo.